Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt, um mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Christoph mir sein Predigtthema genannt hat, musste ich direkt an die Arbeit denken. Bei uns im Büro dürfen seit einigen Wochen Besprechungen nur im sehr kleinen Rahmen bzw. mit Videokonferenzsystemen stattfinden. Und ich habe an so einer Besprechung teilgenommen und mein Arbeitskollege kam noch tatsächlich mit einem Zollstock in den Besprechungsraum und hat den so vor sich und neben sich und hinter sich ausgebreitet auf 1,50 Meter, um nachzuschauen, ob auch alle die Abstandsregeln einhalten. Damals haben wir alle noch geschmunzelt und mussten darüber lachen. Heute sind diese Abstandsregeln für uns Alltag und darum bin ich sehr gespannt darauf, was Christoph uns zu dem Thema vorbereitet hat. Aber zuerst wollen wir noch gemeinsam ein Lied singen. 1,50 Meter, um nachzuschauen, ob auch alle die Abstandsregeln einhalten, um nachzuschauen, 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 Du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten. An deiner Gnade ist niemals gebringt. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. All meinen Mangel hast du mir gestellt. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch geh. Frieden und Ewges Heil, Freude die Fülle, fließt allen Menschen vom Kreuze her zu. Gott gibt dem Fleische sein Liebstes für Sünder, führe dem Opfer die Schöpfung zur Ruhe. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. All meinen Mangel hast du mir gestimmt. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Wo ich auch geh. Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Am Ende eines Jahres wählt man ja immer das sogenannte Unwort des Jahres. Und da gibt es in diesem Jahr bestimmt viele Kandidaten. Meins wäre vielleicht das Wort Sicherheitsabstand. Ja, also Timo und ich haben hier den Sicherheitsabstand, auf den uns Lisa ja schon hingewiesen hat, diese ominösen 1,5 Meter. Obwohl, das ist ja eigentlich gar nicht so unsere Stärke, dieser Sicherheitsabstand. Ich meine jetzt nicht das Drängeln auf der Autobahn. Ja, wir sind eigentlich angelegt auf Kontakt. Mir geht das jedenfalls so. Okay, an der Supermarktkasse finde ich einen gewissen Abstand gar nicht mal so sehr verkehrt. Aber generell gehen wir uns doch nicht so aus dem Weg, wie wir das zurzeit an so vielen Stellen und bei so vielen Situationen einfach tun. Diese Distanz, also mir gefällt die einfach nicht, weil wir gar nicht darauf ausgelegt sind. Wir sind Menschen der Begegnung, des Händedrucks, der Umarmung, des Kontakts und nicht Menschen der Distanz. Denn diese Distanz, dieser Sicherheitsabstand, das finde ich schon, dass das etwas mit einem macht. Also vom Gefühl her zumindestens. Gut, momentan ist er halt wichtig. Keine Frage. Aber sie zeigt uns doch sehr, wie wir Beziehungen und Kontakte miteinander und untereinander brauchen. Ansonsten wäre das ja auch gar nicht so erklären, dass viele Menschen verbotenerweise auf diesen Sicherheitsabstand pfeifen und sich dann zu einer Riesendemo in Schlauchboten treffen oder sonst etwas anderes fabrizieren. Da fallen euch sicher selbst einige Beispiele aus eurer näheren Umgebung ein. Warum erzähle ich euch das? Nun, wir sind hier, wenn auch in anderer Form, in einem Gottesdienst. Und dort gibt es eine Botschaft, die Gott euch heute Morgen mitteilen möchte. Euch inspirieren möchte und euch direkt ins Wohnzimmer hineinruft. Gott ist ein Gott der Beziehung und des Kontakts. Und nur so können wir ihn kennenlernen. Eine Beziehung zu Jesus Christus und Glaube an ihn funktioniert nicht mit Sicherheitsabstand. Schon gar nicht, wenn ich ihn in meinem Leben persönlich kennenlernen möchte und ihn erleben will. Ich werde das nachher noch mit einer biblischen Geschichte untermauern. Viele Menschen in dieser Welt, in unserem Land, halten sich diesen Jesus oder den Glauben daran auf einen Sicherheitsabstand und wundern sich tatsächlich, dass Gott nicht spürbar und sichtbar in ihrem Leben wird. Aus ganz sicherer Distanz beobachtet man die Christen in ihrem Tun, findet das ein oder andere sogar recht positiv und nachahmenswert, aber traut dieser ganzen Sache nicht richtig. Ab und an wagt man einen Schritt aus der Deckung heraus zu besonderen Anlässen. Zum Beispiel eine Hochzeit, Konfirmation, Weihnachten oder sonstige besondere Festivitäten. Da lässt man sich tatsächlich dann sogar mal auf einen Gottesdienst ein. Bist du vielleicht auch jemand, der Kirchen und Gemeinden nicht traut und auf Abstand hält, auf Sicherheitsabstand? Nun, dann ist vielleicht heute mal die Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Ich kann verstehen, dass viele Vorurteile da sind, auch aus der Geschichte der Vergangenheit heraus, wobei man nicht sagen muss, es immer fertiggebracht hat, dass die vielen positiven Dinge, die der christliche Glaube in diese Welt hineingebracht hat, gerne vergessen werden. Die häufige Argumentation, wie Gott so etwas zulassen kann und die fürchterlichen Kreuzzüge sowieso, gelten schnell als Sicherheitsabstandsargument. Damit wir uns klar verstehen, ich möchte das nicht totschweigen oder kleinreden, nein. Es gibt sicherlich viele dunkle Momente in allen möglichen Geschichtsbereichen und Entwicklungen in dieser Welt. Aber Gott ist ein Gott der Gnade, der Vergebung und der Erneuerung, somit auch eines Neuanfangs. Und mitreden, ja mitreden kann ich ja eigentlich nur, wenn ich das mal intensiv versucht und ausprobiert habe. Die eigene Meinung, liebe Freunde, ist hier wichtig und nicht die Meinung von anderen. In diesen Zeiten wird vieles auf den Prüfstand gestellt und wir stellen fest, dass vieles nicht das hält, was es uns bisher versprochen hat. Einiges gerät ins Wanken und wir fangen an tatsächlich nachzudenken, worin der wirkliche Sinn in dem Ganzen liegt. Und das sind schon manchmal seltsame Ansichten. Überschrift in der Tageszeitung mit einem Kommentar. Gut, dass der Ball wieder rollt. Jetzt haben wenigstens einige Menschen wieder einen Sinn in ihrem Leben. Wow! Ich interessiere mich auch für Fußball, keine Frage. Aber darin den Sinn des Lebens zu sehen, naja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Vielleicht liegt bei dir der Schwerpunkt ja woanders. Da gibt es ja viele Zielpunkte, Karriere, Reisen oder wie früher in einer alten, bekannten Werbung eines bekannten Geldinstituts. Mein Auto, mein Haus, mein Boot oder so ähnlich. Es ist Zeit für etwas Revolutionäres, etwas Neues. Also lassen wir diesen Gott, lassen wir Jesus Christus nicht auf Abstand halten. Sondern ihm bewusst begegnen und sich auf ihn einlassen. Damit wir ihn richtig kennenlernen können. Das macht nämlich auch etwas mit uns. Denn ich bekomme eine ganz neue Blickrichtung für das Wesentliche und erfahre so quasi eine Art Heilung in meiner Sichtweise. Das haut mit Sicherheitsabstand nicht hin. Um gesund zu werden, brauche ich ihn nicht. Und ich brauche Jesus Christus und das nicht nur in Bezug auf Corona. Festzumachen will ich das in einer biblischen Geschichte, die uns im Markus-Evangelium beschrieben wird. Zum Nachlesen, wer möchte, Markus Kapitel 5, die Verse 21 bis 34. Dort wird uns beschrieben, wie Jesus Christus eine kranke, blutflüssige Frau von ihrer langen, zwölfjährigen Krankheit heilt. Ich will das mal ganz kurz mit meinen Worten erzählen. Man war vorher viel unterwegs gewesen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, hatte viel gepredigt, hatte einige Wunder getan und war mit seinen Jüngern auf dem Weg in einer Menschenmenge, die immer um ihn herum war, als er plötzlich spürte, dass jemand sein Gewand anfasste. Es war diese Frau, von der intensiv berichtet wird, dass sie seit zwölf Jahren an dieser Krankheit des Blutflusses litt und somit in der damaligen Situation als unheilbar und unrein galt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben und glaubte fest daran, dass dieser Jesus Christus eigentlich ihre letzte Möglichkeit, quasi ihre letzte Chance zur Gesundheit war. Sie hatte gehört, dass er sogar Kranke heilt. Sie durfte ihn eigentlich nicht berühren, aber es war eigentlich nur noch das oder das Ende ihres Lebens. Also nichts mit Sicherheitsabstand. Sie verstieß gegen das Gesetz, wagte alles und glaubte an ihn, an den, den manche damals sogar schon den Messias nannten. Den Saum seines Gewandes anfassen, das müsste reichen, hat sie sich gedacht und das tat sie. Heimlich in der Menge. Und sie merkte, als sie das tat, das können wir nachlesen, sofort, dass die Blutungen aufhörten und sie sofort gesund war. Wow! Was für eine Situation! Womit sie nicht rechnete, war wahrscheinlich die Reaktion von Jesus Christus und was danach kam. Der sagte nämlich sofort zu seinen Jüngern, da hat jemand mein Gewand berührt, wer war das? Die Jünger, die waren natürlich etwas irritiert, ja, das müsst ihr euch vorstellen, bei der Volksmenge da drumherum. Wie sollten sie das herausfinden, das sagten sie ihm auch. Aber Jesus hatte gemerkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, der einen Menschen geheilt hatte. Er drehte sich um und blickte direkt in ihr Gesicht. Und diese Frau wusste, oh, jetzt gibt es für mich kein Entrinnen. Das ist so, wie wenn man so ertappt wird. Und sie sagte sich, ich muss jetzt einfach zu dem stehen, was ich gerade gemacht habe. Und so wirft sie sich, auch das können wir nachlesen, vor ihm auf den Boden und erzählt ihm alles. Darin liegt ein interessantes Bild, dass sie sich auf den Boden wirft, weil viele Menschen sich vor Jesus Christus niedergeworfen haben zu Lebzeiten. Aber es wird auch so kommen, so wird es einmal sein, das können in Philippa 2 nachlesen, dort steht, dass sich alle vor ihm auf die Knie werfen werden. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, alle müssen feierlich bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Das erkannte auch diese Frau und das tut sie. Sie erzählt ihm alles, so wie es war, kleinweg, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So wahr mir Gott helfe. In der Regel machen wir das ja meistens ein bisschen anders. Wir erzählen immer nur so viel von der Wahrheit, wie es notwendig ist. Oder vielleicht sogar nur lediglich die Sicht unserer Dinge. So wie wir die Dinge sehen, vielleicht. Aber sie wirft sich hin und sagt die Wahrheit. Und dann sagt Jesus Christus zu ihr diesen fantastischen Satz, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Wahnsinn. Jesus Christus wird in dem Moment mit dieser Krankheit fertig. Er heilt diese Frau, aber er macht das nicht anonym. Man kann nicht so heimlich mit dabei sein. Ich muss schon klar Farbe bekennen. Ich muss schon klar sagen, jawohl, an diesen Gott glaube ich. Es gibt bei Jesus Christus keine Anonymität, kein im Dunkeln stehen oder hinter dem Vorhang heimlich mit dabei sein. Er hat die Sache öffentlich gemacht. Deswegen hat er den Jüngern gefragt. Da hat mich jemand berührt. Er wollte das nicht einfach so stehen lassen. Er hat das öffentlich gemacht, sodass die Menschen erkannten, was hinter diesem Wunder steckt. Er bescheinigt nämlich dieser Frau, dein Glauben, dein Vertrauen hat dich geheilt und gerettet. Nichts anderes. Noch nicht einmal diese symbolische Berühren seines Gewandes. Also gilt das auch heute für dein und mein Leben. Ich finde das klasse. Ist das nicht eine Perspektive und eine Aussicht für die Zukunft, für unsere Zukunft, für deine und meine, wenn wir wissen dürfen, der Glaube an Jesus Christus, mein Vertrauen rettet mich, macht meine Seele heil, vielleicht nicht immer meine Gebrechen und meine Krankheit, aber mein Herz. Er schenkt mir Frieden. Was für eine Chance. Glauben heißt, alles wagen, so wie sie das gemacht hat. Alles riskieren und vor allen Dingen alles von Gott erwarten. Denn er hat dieser Frau dir und mir diese Zusage gegeben, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden, du bleibst geheilt. Und diese Erfahrung musst du selbst machen, das kann auch kein anderer für dich übernehmen und das funktioniert auch nicht mit einem Sicherheitsabstand. Noch eins ist vielleicht ganz wichtig, das sind die Dinge, die dabei gerne verwechselt werden. Nicht das Gewand, sozusagen das Relikt, was man berührt und bewahrt, ist das Wichtige, sondern das Vertrauen in Jesus und der Glaube an ihn ist das Entscheidende. Zum Abschluss zitiere ich Walter Schmidthals in einer Auslegung des Markus-Evangeliums. Glaube ist kein einfaches Fürwahrhalten, kein intellektuelles Dennoch, sondern eine Bewegung der eigenen Existenz. Nur dort, wo das eigene Leben durch Jesus wahr wird, erschließt sich die Wahrheit Jesu. Und Achtung, nicht das Wunder führt zum Glauben, sondern der Glaube erfährt Wunder. Ich lade euch ein, das auszuprobieren. Amen. Nur den Zaun deines Gewandes einen Augenblick berührt, und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund. Und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen, aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deine Gegenwart. Herr, ich bin nicht für dich, bin oft so weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne mich ab, öffne mich ab, öffne mich ab. Ich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deine Gegenwart. Jesus, berühre mich. Guter Gott, wir sagen dir einfach wieder Danke. Danke für die vergangene Woche, für die Bewahrung. Danke dafür, dass es uns gut geht und wir in Frieden hier in unserem Land leben dürfen. Und Danke für diesen Gottesdienst, der heute Morgen wieder in vielen Häusern angeschaut werden kann. Danke, dass dies alles so möglich ist. Danke auch, dass wir immer wieder zu dir kommen können mit allem, was uns bewegt, dass du bei uns bist und uns nicht alleine lässt. Immer, wenn ich nicht mehr gehen kann, trägst du mich. Immer, wenn ich nicht mehr hoffen kann, stärkst du mich. Immer, wenn ich nicht mehr weinen kann, tröstest du mich. Immer, wenn ich nicht mehr glauben kann, zeigst du dich. Dafür, Herr, hab herzlich Dank. Wir loben und preisen dich. Amen. Ja, okay, der Kameramann hat den Abstand schon mal eingehalten. Hier, zurück. Ja, das war's auch schon. Schaltet gerne in zwei Wochen wieder ein. Ich wünsche euch an dieser Stelle Gottes Segen und bleibt gesund. Dann können wir die unterwei, ohne Tod